hallo willkommen zu einem neuen video in eigener sache heute geht es darum dass der für uns zuständige familienrichter am amtsgericht ulm der herr doktor marcus bühler ein kinderrechte schänder ist bevor ich in die details gehe der hinweis wenn ihr über alle neuen videos benachrichtigt werden wollt dann klickt auf den abonnieren button hier im freifarm youtube-kanal und aktiviert die glocke damit ihr wirklich über alle neuen videos unterrichtet werdet ja der herr doktor marcus bühler hat ja bekanntlich in mehreren beschlüssen entschieden dass unsere kinder von mir angeblich geschädigt werden und zwar weil ich mit denen über das wechselmodell geredet habe das ist die gleichberechtigte erziehung von getrennten eltern diese entscheidungen wissen wir mittlerweile basieren auf einer lüge der herr bühler hat trotz mehrere hinweise von meinen kindern auch von mir in denen detailliert geschildert wurde wie sie von der mutter und deren umfeld eingeschüchtert werden hat er trotzdem behauptet die kinder würden von mir geschädigt nicht von der mutter und es hat ein psychotherapeut endlich mal mit einem der kinder reden können und dieses kind hat genau das bestätigt und hat sogar eine heimliche audioaufnahme gemacht die zeigt dass der familienrichter dr marcus bühler völlig falsch gelegen ist und bewusst gelogen hat also unwahre tatsachen behauptungen gemacht hat und da stellt sich natürlich die frage wieso was passieren kann bei einem familienrichter der ja eigentlich wo man denkt er würde die kinderrechte garantieren und waren für kinder die ja im grunde diejenigen sind die schutzlos sind in unserer gesellschaft und ihr den schutz des richters brauchen genau das gegenteil war der fall der herr doktor marcus bühler hat mehrere der rechte in der kinderrechtskonvention der vereinten nationen gebrochen da könnte ich jetzt eine lange liste aufzählen das mache ich aber hier nicht ist auch nicht nötig weil wenn ein richter wie der herr doktor marcus bühler bewusst lügt und damit kindern schadet indem er die psychische gewalttäterin nämlich die mutter und deren umfeld sich an dieser psychischen gewalt beteiligt schützt oder sogar unterstützt mit seinen beschlüssen und noch nicht mal eine audiodatei hören will dem die tochter die älteste tochter gibt in einer anhörung des kindes und er will es nicht hören weil er sagt weil er das kind fragt ob denn die mutter davon weiß dass sie die aufnahme hat und das kind sagt natürlich nicht weil sie heimlich aufgenommen wurde um die psychische gewalt dem richter zu beweisen damit er was tut um die kinder zu schützen und dann sagt der herr doktor marcus bühler dann will er es nicht anhören dann müssen wir doch gar nicht wie es die frau lamprecht vom bundesjustizministerium fordert darüber nachdenken kinderrechte im grundrecht zu verorten da einzugliedern was bringt uns denn sowas wenn richter wie der doktor marcus bühler selber noch lügen um kinder diese rechte zu nehmen da muss er so ein richter erst mal wieder zurück ins erste semester und dann muss er daran erinnert werden dass richter nicht zu lügen haben und wenn sowas geschieht dann ist es das schlimmste was man kindern antun kann dass ein richter eine entscheidung die nur erwachsene trifft lügt okay ist auch falsch aber wenn es dann noch kinder betrifft wie in unserem fall und der doktor marcus bühler hat seine entscheidungen auf lügen basiert und diese lügen übernommen und damit selbst gelogen selbst entscheidungen basierend auf unwahren tatsachen gemacht dann ist der ein kinderrechte schänder dann verstößt er nicht nur gegen kinderrechte sondern er verstößt noch gegen grundlegende prinzipien unserer rechtsstaats nämlich dass ein richter nicht lügen soll und sich um die wahrheit bemühen soll und aufgrund von tatsachen entscheiden soll das hat er nicht gemacht deshalb sage ich ist der herr doktor marcus bühler vom amtsgericht ulm der familienrichter ist ein kinderrechte schänder danke fürs zuschauen und wie schon gesagt wenn ihr über alle neuen videos benachrichtigt werden wollt klickt den abonnieren button hier im freifam youtube kanal aktiviert die glocke dann werde über alle neuen videos informiert und falls du selber ein fall hast über den wir berichten sollen dann schreibt bitte an info at freifam.de per e mail schilder uns ein bisschen worum es darum geht dann nehmen wir kontakt mit dir auf und spenden kannst du auch für freifam um unsere sache nämlich die freiheit der familien zu unterstützen unter anderem die freiheit von richtern die lügen und damit kindern schaden wie du spenden kannst erfährst du in dem link der jetzt im abspann kommt danke nochmal fürs zuschauen tschüss bis zum nächsten Mal